. Leicht gemacht, andererseits war das natürlich wunderbar umgeschaltet. Herrlicher Kontertreffer. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Das ist Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Auf Achse ist er jetzt. Drill das Ding. Der Abstand voll großartig, das war wichtig. Das ist ihre Spielphilosophie. Ball erobern mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Der Hedrick ist perfekt. Das ist für ihn heute schlicht und einfach der perfekte Tag. Was für ein dicker Kutz. Nutzt du dich? Und da ist er. Oh, das kann ins Auge gehen. Gute Position. Batistuta. Ja, das tut. Und über die Seite. Neymar. Da holt er den Eingang. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Und das ist Nester Piero. Der ist drin. Mein Lieber Schwan, was war das hier für eine verrückte erste Hälfte. 3 zu 2 steht's. Knapper kann es nicht zugehen. Einfach ein bisschen zu eigensinnig. Hätte früher den Pass spielen müssen. Gute Position probiert's. Die erste Hälfte. So wie hier. Und er macht das Tor. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage. Warum auch immer sie finden, kein Gegen mit der Gegnerin. Ries Leco. Das ist Nika in meinem Lieber Schwan.